Jo, mein Kumpel ja auch. Nice. Boah, jetzt haben wir jetzt schief mit dir, warte. Goldbeute erhöht. Toll, toll. Weil wenn du mehr Gold sammelst, kriegst du auch mal, warte. Und wofür? Wofür der ganze Mist? Oh, was ist denn? Oh, was ist denn? Ich kann nicht auf dein Ding erzielen, juf-jufrau. Ich schau mal in den Tab. Ach ne, auf Ende muss man drücken. Okay, oder ich, ich drück ein Schalter. Warum tüße sie? Warum diese Mann zu lauschen? Kommen sie. Warum das? Hör doch. Hör doch. Hör doch. Hör doch. Okay, cool, du. schon. So, bei Gold steht jetzt Soldat, Jäger, Krieger, Wächter, Eiferer. Ja, was ist denn damit? Der Stamm der Königin. Was ist denn damit? Signungen, Köcheauffüllung, Bestrafungen, Zeitbeschränkung. Das ist aber ne böse Beschreibung. Kleine Karten. Ach, kann man das vielleicht davon kaufen? Ne. Oh, ich hab was gedrückt, ja. Und, kann man? Ich hab total die neue Idee, was hier eigentlich abgeht. Naja, whatever. So. Was baust du denn? Wir müssen an die Tränen ran. Weiß ich. Aufgekurbelt, you guys. Ach, Sheen ist weg. Ich muss mal aus Neid aufhören. Oh, war totally fair. Willkommen in der Siegelung. Wie funktioniert denn das? Was denn? So, so, so ein Ding. So ein Damage-Ding. Damage-Magie. Oh, so ein Ding. So, so ein Ding. So, so ein Ding. Oh, House-Hilfe. Ja. Ich habe kein Süden mehr. Ah, mein Gott! Ok, ok. Wie viel Wiederbewebungsflächen hast du noch? Eins. Ok. Holt ihr den hin? Ah. Warte, wenn wir nicht auf den Sprengstoff ziehen, vielleicht wird gleich was getriggert. Hoffe ich. Was hat der Geist gesagt? Dass es den Drachenträner gibt. Hm. Zwischen Büsche. Ich weiß nicht, wie ich hier was triggern würde. Aber wir gucken erst um. Ich höre schon irgendwas brüten. Das sind die Schwiegerpopulationen hier unten. Ich bin hier irgendwo, wo ich glaube ich nicht sein will. Das sind Leute. Ich kann sie retten. Was ist das? Was ist das? So hilft mein Mensch. Also wenn ich hier unten eingesperrt wäre, ne? Nein, ich wüsste nicht, dass ich noch gerettet wäre. Ja komm, ich sag da liegt ein Geist. Das ist aber gar nicht. Das ist ja auch gut. Ist er die Träne? Ja, ja, ich weiß, wie wir dahin kommen. Ich weiß, wie der hier ist. Wir kommen in den Raum hier. Ich, ich, ich trigger. Vielleicht, ich weiß. Was triggerst du hier? Bist du hier bei mir? Nee. Da, wo diese gepanzerten Dinger rauskamen. Okay. Ach so, das geht jetzt auf und das andere geht zu. Mehr geht nicht. Okay, wir müssen erstmal die Träne holen. Jetzt sind beide offen. Wat? Fällt sich super taktisch halten. Ist blöd, kann ich sagen. Wir müssen da irgendwie rüberkommen. Ich bin's nochmal hoch. Ich, ich, ich mach's jetzt. Und, ist was passiert? Hm. 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 Shit. Wenn da in der Nähe von dem Ding... Was war das? So. Ist das Ding aufgehört? Nee. Aber irgendwas ist da aufgehört. Ich weiß da rauf. Worauf? Weil ich mach das. Ich bin total. Worauf sag ich? Ja. Hallo, da. Jetzt wirklich hier rein. Ach, ich hab's erreicht. Woah. Wir haben wieder eine Cheap. Das ist eine Cheap? Nein. Ja, Mana-Kosten reduziert. Für... Kampfablauer. Das gilt für uns beide. Das gilt für uns beide, hab ich recht. Ja, was du auch immer gesagt hast. Oh, müssen wir schwimmen oder so stuff? Ja. Dann erschrickt der Sonne. Oh, bei dir stell ich mir jetzt ziemlich hot vor. Weil du so gerne schwimmst. Weil du so gerne schwimmst. Und gespeichert. Ah. Was trifft dich denn? Triff mich der Schlag. Wo ist denn diese Hütte gefallen? Easy, Mana. Easy, Mana. Was? Was? Wie viel denn schwer fahren, you guys? Time work! Tag. Hm. Wie kommen die Leute weiter, die hier allein reinkommen? Ja, das fragen wir auch. Kontakt. Das ist ja wie, ähm... ... ... Minas Maru. Ich erlerne grad den Kampf gegen mehrere Leute. Ohne einmal getroffen zu werden. Boah, ich hab grad 250 Leute. Mit Bogenwaffe. Pfeilkapazität erledigt. Awesome. Headshot. Sicherer Schuss. Was ist denn das hier für einen? Schad. Kontakt. Das ist ja wie, ähm... Minas Maru. Oh nice. Heute... ... ... Oh Oh, hier kann man Das ist toll! Das ist toll! Das ist toll! Und wie viele Pfeile könnt ihr da haben? 150. Das ist alles geballt, Jungs. Willst du noch bis zum nächsten Teil? Zwei. Ist nicht mal viel. Das ist der Mauer Arena. Ja, wenn die Dinger irgendwann ja aufwachen, ne? Äh. Äh. Gargoyle. Jetzt erinnert mich immer an Heroes 3. Wie Orson? Wenn ich Turm gespielt habe oder wie das ist. Mit den Titanen. Oh ja. Oh. Fallen die Stein. Schau. Allez. Mhm. Durch die Schilde durch Hinten da Nice Aber ich muss das öfter so machen, dass ich dir meinen überlasse quasi Oh, da kommt noch was Ups Das wird Woah Ammage Hm Oh wieder blieb im Osteig Nice Oh was das? Oh, das ist so ein dickes Ding Oh nein Hier sind zwei dicke Dinge Ach, der schilder ist Meins fast down Ist er down? Ich glaube ja Auch nicht Oh mein Stimm ist jetzt ganz down Sind wir jetzt tot Stunt Okay, den heutigen Kasten 60, naja, gut Das war ein Überraschungsjogger Ja oh, ich war mir die Mana trainier Oh, das ist ein dickes Ding Wo ist es? Bei den Pfeilen, ja Also nicht schießen Oh, das Ding Ich dachte, ein Gegner Ich dachte, ein Gegner Oh, Kontakt Oh, das ist ein Oh, das ist ein Oh, da sind mehr Schützen als ihr da Oh, da sind mehr Schützen Ich fahr gleich, ja Oh, das ist relativ Okay. Ohmg eh, ohmg. Ich dachte schon, das hält gar nicht mehr. Mit wem? Mit was? Den Köpfen, ne? Was? Wir machen kurz Toten... Totentalk. Wie die Toten hatten? Hm, nicht so gut. Hat der eine nicht für ihn gekämpft? Cool. Cool story, bro. Boah. Boah. Gucke, gucke, gucke. Wir kommen weiter, wenn das Ding ja kaputt gehen. Punkt... Punkt davon? Hm. Ja, wir brauchen unbedingt ein Safe. Das sieht ja... Aber man weiß ja nie, was für ein Safe ist. Gucke, ne? Oh, was ist denn das? Gucke, guck mal. Aber wer spricht über Saddam Hussein? Das ist schlimm, wenn er stirbt. Es gibt keinen Ausblick! Kein Versteck! Der Toast ist gekommen mit seinem Schwerter betrogen und seiner Tast! Boah. Ja. 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 Aber ich habe eine neue Schulterplatte gefunden. Statt drei Schadensreduzierung sieben. Oh, das ist nice. Schöne Schulterplatte. Vom selten an nur Schulterplatten tragen. Keiner weiß es. Vielleicht weil man das nicht mehr so hat. Ja. Okay, jetzt checken wir hier erstmal alles. Okay. Das hat irgendwas mit der Plattform zu tun. Oh, ich kann ja kurbeln. Nein, kann ich nicht. Stop kurbling, Skri. Stop kurbling. Ich will mal checken, was hier als nächstes verbessern wird. Okay. Okay, Regenerationsflaschen wird es nicht mehr Swords geben. Das gewidest du mir halt für uns. Ähm. Aber Feilkapazität hält ich nochmal bei mir und Feilschaden und... Ach. Das wussten wir ja schon mit Regenerationsflaschen. Ich meine Lebensenergieflaschen, da kommt aber noch was dazu. Ah, okay. Und bald bei 625 Kills... Wir haben 442, kriegen wir mehr. Maximal Lebensenergie und Mana. Maximal Lebensenergie, das ist gut. Und Mana. Ah, naja, okay. Mana ist gewesen, Mana. Ups. Die Kurbel dürfte die Plattform absenken. Dreh das Ding, Mädchen. Ich fahre zuerst runter und sehe nach, was es da gibt. Nein. Lass mir was zum Umbringen übrig. Toll, you guys, ich will ja nicht runter. Nee, ich mach das nicht. Ah, spitze. Oh, es gebe ich Schützen. Wo denn? Mein Schild möge mich schützen. Und mein Schild möge mich schützen. Ich will ja nicht. Ich will ja nicht, ich will ja nicht gucken, ob ich hier noch was. Ich bin ja nicht. Und ich bin ja nicht. Vielen Dank.